Einen wunderschönen und wertvollen Tag wünsche ich euch hier aus dem Excenter House in Bochum im Business Club. Hier findet am 28.02. die siebte Ruhrrednernacht statt. Das ist eine ganz besondere und zwar sind es nur weibliche Rednerinnen diesmal. Wir haben acht Frauen, die uns spannende Themen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und auch Unternehmertum und Business erzählen werden. Es ist aber nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Leute, die an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Es wird sehr spannend. Es ist die erste Rednernacht, die 100% weibliche Rednerbeteiligung hat. Ich finde das total genial. Ich freue mich total. Und hier wird es stattfinden. Hier nehme ich euch mal mit. Das ist der Raum, wo wir dann sprechen werden. Hinten ist die große Videowand, wo die Präsentationen zu sehen sind. Und das wird auf jeden Fall ein richtig cooler Abend. Ich nehme euch auch mal mit. Ein Blick nach draußen. Hier hat man nämlich eine sehr schöne Aussicht. Es ist heute leider ein bisschen schlechtes Wetter, aber damit kommen wir schon klar. Also am 28.02. ist die erste Uhrrednernacht in 2020 und die siebte, die insgesamt schon stattfindet. Und diesmal nur mit Frauenbeteiligung. Nächste Woche startet der Vorverkauf. Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen dort sehen kann. Und wir werden jetzt jede Woche eine von den acht Rednerinnen vorstellen. Und mit der ersten starten wir jetzt. Das ist Jaina Pernsoth. Sie hat ihren Vortrag mitgebracht. Fühl deinen inneren Beat. Drei Takte für deinen erfolgreichen Lebensrhythmus. Ich freue mich total auf Ihren Vortrag und freue mich, wenn ihr auch dazu kommt. Bis dahin, wertvolle Grüße und Glück auf.